einen wunderschönen guten tag meine lieben freunde einige von euch werden sich auf jeden fall schon mal freuen man sieht wieder miyagi miyagi ist ja er kommt langsam zurück freut mich riesig ihr hatte ja ich weiß ob das jetzt ein interview ist oder vielleicht ist das so ein radio exklusiv macht man jetzt gerne in deutschland auch ich bin mal ehrlich gesagt gespannt wurde gestern von euch geschickt ich habe gesagt ich schaue das mir auf jeden fall an denn der junge mann war ja lange zeit nicht da ja und jetzt ist da was draußen ich bin ehrlich gesagt ich weiß ob das neu ist ich gehe davon aus weil es wurde gestern veröffentlicht auf einem kanal mit über 100.000 abonnenten ich gehe davon aus dass es neu ist ich bin gespannt wirklich sehr gespannt lassen also das ist doch so ein radio mix oder radio exklusiv ist schon der anfang ist gut dass es sich so live schon so gut anhört ja also das ist jetzt nicht bearbeitet sondern wirklich live so Ah, sofort so von diesem Reiki Na 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 zu Yo, no no, ey, yo So, einfach perfekt, sehr geil, ja Diese wechselnde Stimme Wer ist das? Wer ist das? Ich kenne den nicht Also wenn ihr so sein Handy hält, gehe ich davon aus Er wird gleich rappen Hört euch diesen Beatern Und der rappt einfach richtig geschmeidig Locker Guck mal, guck mal, wie die beiden da sitzen So Jungs, wenn ich dabei wäre, live Ich würde Tanzen, Mann, was ist heute los? Hä, war das jetzt ich? War das ich? Nee, oder? Nee Es ist ein schöner Mix, muss ich sagen Mit Französisch ein bisschen, ja Gemixt Aber irgendwas, was ist das? Haben die da was rausgeschnitten? Ohne Witz Das ist nicht ich Das ist irgendwas hier mit diesem Video nicht in Ordnung Ich kann dazu einfach nicht sagen Weil es halt immer gut ist Wie können die da einfach so sitzen? Jungs Dieser, dieser Hook Dieses, einfach dieser Reggae-Style Das ist so geil Man kann das einfach unnummer gut genießen Danke fürs Zuschauen War sehr geil Tschüss